Hallo und herzlich willkommen meine Lieben. Ich melde mich noch einmal zu einem Artikel, der doch ein bisschen lustig sein könnte. So ein bisschen was zur Abwechslung über die Interpretationsmöglichkeiten mancher Menschen über Ereignisse, die aufgezeichnet werden. Ich bin auf einen Artikel gestoßen. Wir haben ja gestern auch darüber geredet im Live über das havarierte Containerschiff. Und jetzt im Moment geht also die Schlagzeile rum, dass man dann auf dem Tracker sehen konnte. Ja, normal ist es ja auch im US-Kanal so, dass die Schiffe ja warten müssen, bis sie einfahren können. Und jeder macht da seine eigene Art. Der eine stückert langsam vor sich hin, der andere fährt so ein bisschen Schlangenlinien oder wie auch immer, um die Zeit zu überbrücken, bis dann halt die Einfahrt erlaubt wird. Und ja, der Ever Given oder so, also dieses Schiff, was havariert ist, ist halt ein Kurs gefahren. Und wenn man sich das halt im Nachhinein anguckt, dann interpretieren manche Menschen, dass der Kapitän ein männliches Genital ins Meer reingefahren habe. Ich dachte mir, als ich das gerade gelesen habe, wer weiß, warum er so gefahren ist. Vielleicht war ihm das gar nicht bewusst, dass das im Tracking nachher so aussieht. Auf jeden Fall ist es nochmal eine kleine, amüsante Meldung heute am Abend. Wie gesagt, ich verlinke euch den Artikel. Da ist dann auch das Bild von dem Tracking zu sehen. Guckt es euch an, was ihr da rein interpretiert. Man könnte es auch, wenn man es umgedreht betrachtet, einfach sagen, das war ein Blumenstrauß oder was auch immer. Das könnte auch ein Torshammer darstellen. Alles Interpretationssache. Ja, in dem Sinne, meine Lieben, dachte ich mir, gebe ich euch jetzt nochmal ein bisschen was zum Lachen mit in den Abend hinein. Ich bedanke mich für euren Support, für eure Unterstützung und wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend, eine gute Nacht und bis morgen, meine Lieben.